Mick Schumacher, 24, erlebt aktuell Sonne, Liebe und jede Menge Herzklopfen Vor nur einer Woche hat der Rennfahrer seine Beziehung mit dem zauberhaften dänischen Model Leila Hasanovis der Welt präsentiert, und zwar mit einem entzückenden Schnappschuss, der Herzen höher schlagen lässt. Die beiden frisch Verliebten genießen gerade ihre Zweisamkeit an der bezaubernden französischen Riviera. Und jetzt teilt Leila ihr allererstes Pärchenfoto mit uns allen. Ganz beiläufig hat sie auf ihrem Instagram-Profil ein Bild hochgeladen, auf dem sie und Mick Seite an Seite an der Reling einer Yacht kuscheln. In inniger Umarmung sieht man die beiden, während der Sohn des legendären Michael Schumacher, 54, seiner Liebsten einen zärtlichen Kuss auf die Wange haucht. Das Ganze wird von Leila mit einem einfachen roten Herz-Emoji und einem charmanten M abgerundet. Und als wäre das nicht genug, lässt auch Mick sich nicht lumpen und hinterlässt seine eigenen Spuren der Liebe, indem er das Bild mit einem leuchtend roten Herzchen kommentiert. Wie wir bereits vor einigen Tagen von Bild erfahren haben, haben Mick und Leila schon Anfang Juli gemeinsam Zeit verbracht, und zwar auf der idyllischen Familienrange in der malerischen Schweiz. Ein Foto zeigt das bezaubernde Pärchen in freudiger Runde mit niemand geringerem als Corinna Schumacher, 54, die mit strahlendem Lächeln neben ihnen auf den Rängen sitzt. Scheint so, als hätte Mick bereits das offizielle Daumen hoch von seiner Mutter bekommen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie süß ihr dieses Paar findet und ob ihr genauso begeistert seid wie wir. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten von euren Lieblingsstars zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, mit mehr Glamour, Romantik und aufregenden Schlagzeilen aus der Welt der Stars.